Bonso amo muchachos! Herzlich willkommen zurück zu Rainbow Sexy Direct. Ich kraule eure Nüsse, dass wir eingeschaltet haben, hier zu Grenze. Wir zocken Bereich Sichern zusammen mit Nugget und Opekele Hallihallo. Guten Tag. Was geht? Guten Tag, wir zocken Bereich Sichern, weil ich aus Versehen gerade noch von meiner Solo-Runde von gestern Bereich Sichern eingestellt habe. Oh ja. Das machen wir trotzdem hier. Muchachos, ich habe jetzt noch mal extra taurige Nachrichten, falls ihr die Folge von gestern nicht gesehen habt. Marvin hat ja gestern auch kein Internet. Deswegen habe ich Solo aufgenommen. Und jetzt bin ich immer noch Solo, beziehungsweise jetzt mit OP-Killer und Nugget, weil ich gerade erfahren habe, dass Marvin bei seinem Internetanschluss erstmal einen Techniker braucht. Der Techniker. Er ist unterwegs. Ja, ich hoffe, er kommt sehr schnell. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, der Techniker kommt morgen und am Morgen läuft wieder alles. Weil Muchachos, es ist ja dann bei mir auch schon echt knapp. Am Mittwoch geht es bei mir los Richtung Nature One, beziehungsweise Mittwochabend dann. Und dann haben wir nur einen Tag zum Aufnehmen und vorproduzieren, wenn ich fünf Tage nicht da bin. Ah, es wird jeweils sein Leben. Muchachos, am Ende Weltmiss. Aber natürlich geben wir uns die größte Mühle, das ist doch gerade wie groß. So, okay, die sind wahrscheinlich sowieso da können wir, ne? Ja. Kann man von ausgehen. Ja, sie sind. Ja, OP-Killer flüchtet schon. Da stelle ich meine Drohne mal hier oben hin. Ja, ich bin in Office. Ja, ich bin in Office. Ja, ich bin in Office. Ach, du bist auch in Office. Ja, die sind Office. Ne, ne, die sind Arket. Äh, Ambul. Das ist Arket. Aha. Also doch Arket. Ei, ei, ei. Ach, hier kommt irgendwer. Luftziffer gespawnd. East stairs ist irgendwer. Ja, Jäger ist East stairs. Jäger East stairs. Schwitching, he's peaking. Ich habe ihn angefrackt. Oh, er ist injured. Hier im Gang. Einer ist im Gang, injured. Warte mal. Oh ja, warte ich. Nein, ich habe ihn. So. Fuck you, Doc. Da fängt es schon an. Erstmal hier seine Teammates zuflamen, weil sie mich wiederbelebt haben. Ist CCTV frei? Wo ist das einer? Äh, CCTV. Warte, Sekunde. Ela kommt, Ela kommt Eastlash. Ela kommt Eastlash. Hallo? Hallo? Nee, das hast du. Also ich treel gerade hier noch. Ich hoffe, da kommt die Mönchleppe hoch jetzt. Achso, okay. Von da komme ich jetzt. Okay. Kein Feind entdeckt. Wir sind mal hier im Raum, wo die noch sind. Im kleinen Raum ist keiner. Hier hinten ist der nächste. Der fehlt noch. Der fehlt noch. Der letzte. Eko. Eko. Eko und Meister noch. So, das ist die Fickscheiße. One Echo, John ist done. Alter, ich bin nur 4 AP. Wie ist das denn? Woa. Hast du einen kleinen Raum? Das ist der, äh, Eko. Ha! Haben wir ihn! Zacki, Macki! Ja, was ist das? Ich will, die Beine haben einfach so ausgesehen, wie bei Ela. Aber das liegt wahrscheinlich nur an deinem Skid. Boom! Das ist schon so, hä? In sein Gesicht! Alter, Nuggets, drei Kills gemacht. Aber den Heger hast du nicht klaut. Hä, gar nicht. Den habe ich ein Schritt geschossen. Aber ich war näher dran. Nein, danach war meine Tridge-Dranheit echt da. Es geht weiter! So. Oh, Kachel-Dread. Ah, es ist falsch. Oh, Kachel-Dread. Schlechter, Schlafen-Wach. So. Und zurück. Und zurück. Okay, haben wir ihn. Und dann gibt es, würde ich sagen, hier auch nochmal so ein guter Kachel-Wach. Wobei. Warte auf. So. Wobei, das ist richtig. Aber egal. So, ich bin unten. Okay. Okay. Oh, hier war, der Twitch-Stone war hier. Da ist einer. Okay. Ich habe mir irgendwen geholt. Ich glaube es war Lion. LOL! Guck mal, da hat ich mal angekratzt ey. Was ist das? Ja, ich wollte da noch aufmachen. Twitch-CCTV. Twitch-CCTV. Ist da gerade hierher gelaufen oder habe ich die Twitch gehört? Ja, die Twitch glaube ich. Kommen sie bitte hallo. Oh oh. Hallo. Ah, da kommt jetzt East rein. Okay. Ist noch nichts hinten. Ich kann dir sagen, wenn er im Gang ist. Okay. 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 Okay, hinten im Gang. Rechts an der Tür. East-Stairs. Okay. Okay. Ist dieses TV auch noch East-Stairs und diese TV. Oh oh. Hier ist der Glatz vor einem. Ja. Warte. Ah, der ist im Glauben. Hab ich. Ich glaub der ist draußen aus dem Hauptengang. Schön. Wie ist das? Wuh! Ja. Geil! Sehr schön, sehr schön. Ich hab mich zwischendurch ein bisschen wie Marvin gefühlt, als ich da an der Treppe so lange gecampt hab. Okay. Aber ansonsten. Der killst, der erlaubt. Ja, das ist er bei R6. Wobei ich das mittlerweile schon länger nicht merke, dass man ein Loch selber reinmacht, ob es mit Contact-Nate oder mit C4, da wird es sogar noch ein bisschen größer. Ob man nicht durchkommt. Waffenlogger. Waffen ist länger nicht mehr, aber ist auch unter und wie kann es gehen. Öff. Und richtig gut, aber nicht mit dem Fall verlieren. Äh, Eckhardt 2-Drain, ne? Ich hab schon wieder ein Echo, also nicht hab ich wieder Echo nicht gemacht. Alter, ich wurde auch, äh, hier in meiner Solo-Aufnahme die aufgenommen hat, ne? Da wurde ich einmal so zerlegt von dem Echo. Hol mir einen Oster, Alter. Kommt mir wieder los. Der hatte beide seine Camps noch in zwei, in zwei Gängen und ich kann mich nicht weg. Ich kann mich voll auf den Weg weg. Er ist aber auch eklig, ja, wenn du da angeschossen wirst von der Drone. Ja. Das dauert vorhin. Okay. So, Freiwillige vor. Die Stairs könnte der Jäger wieder rein. Ne, ich geh nicht vor. Ich hab da rein. Mich nicht. Die Stairs ist clear. Die Stairs ist clear. Die Stairs ist clear. Die Tür ist offen, ja. Die Stairs geht kurz gucken. Warte mal Sekunde. Okay. Ja, ich guck in deinem Kühlschrank, da ist nichts. Okay. Okay, dann fahrt du mal nach Dach. Guck kurz im Office, da hab ich mich gerade was sprengen. Aha. Diese TV clear. Okay. Office is room. Ich fach mal eben die Garage aus. Nein, lass mich in Ruhe. Lass die Drohne in Ruhe. So, ich geh mal eben die Stairs. Ich hoffe, da ist noch keiner. Ich habe auch einen Spur auf dem Schraub. Ich habe auch einen Spur. Ich habe auch einen. Ich habe auch einen Spur auf dem Schraub. Mein Papier! Ja, nein! Wow! Was ist passiert? Äh, Isters ist, äh... Jäger. Jäger ist Isters. Kavehra war auch da in der Nähe. Kavehra ist übrigens 50%. Nice, sehr schön. Das war Kavehra. Jäger kommt auch da irgendwo. Kavehra! Reloading! Jäger might still be Isters. Also auf irgendwelchen Terms auf jeden Fall. Mhm. Wir können mal kurz Drohnen abschicken. Hier höre ich wo laufen wird. Das halb hauptlos. Okay. Jäger ist im Raum. Jäger ist im Raum wieder. Ja. Nice. Okay, die haben aber immer noch Echo, ne? Müsst aufpassen. Eigentlich müsste Twitch mal versuchen, würde sagen. Aha. Und Twitch down. Das ist da... Wo? Oh, da hinten in der Ecke. Okay. In der Ecke! In der Ecke! Oh ja 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 ja! Oh ja 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 ja! Gunschirm closed. Gunschirm closed. Nice. Booyah! Ja! Let's see! Let's see! Äh, hier machen wir mal eine Trap hin. Ja natürlich. Wie sollte es anders sein? Eine Trap. Ja unten. Und eine Trap. Hallo? 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 Hallo! Hallo, ist da jemand? Ist da jemand? Eine große Cola. Und eine mittlere Pommes, bitte. Ich liebe Pommes, man. Pommes und so ein geiler Scheiß, man. Irgendwann müsst ihr eigentlich den Typen, der die auf den anderen runter holen. Haha, ja du. Hahaha. Ich liebe dich! Okay, ich check mal kurz die Drogen. Ja, hier... Osten. Äh, weiß nicht noch wo. Also drüben. Oh. Irgendwo bei Easters. Ja, hat irgendeine schon angeschlagen oben. Aua! Übel schießt das hier gleich. Achso. Okay, hier liegt noch der... Jäger rum. Ich glaube, haben wir nicht besser. Boah, die schießen wir gerade rechts und links durch, man. Ich wünsche, ich könnte hier raus blicken. Ey. Oh, ich wünsche, ich könnte hier gerade raus blicken auf der Seite. Genau. Unter mir ist irgendwo einer. Ich kann mal gucken gehen. Ja, ein Teiler ist hier irgendwie. Ja, guck mal, oder? Oh, und Connector. Wo? Connector. Ist schon eine Stunde. Wollte extra nicht... In Connector, weil da... Ja, in Connector schon drinnen. Wow! Ist der jetzt unten, Finca? Wo? Wo? Unten war sie. Da siehst du auch den roten Fleck unten. Ich weiß ja nicht, wo sie momentan ist. Stairs sind clear. East Side. Einer ist Waffenlager. Haupteingang. Okay, warte. Hat er? Okay, hier oben ist clear. Hier ist nichts. Ich will ziemlich sicher hier auf die Terrasse aufhören. Geil! Sehr schön. Ihr habt das gehört, Alter. Gehört hab ich das. Ich bin aber in jeder Runde gestorben. Ich hasse auch, wenn man in jeder Runde stirbt, ne? Fühlt sich so schlecht. Boah! Sechs kritisieren, Nugget. Eigentlich hättest du mich aber nach vorne lassen müssen, ne? Ja. Weißt du selber, ne? Weißt du selber. Ja, ja. Was kriegen wir noch hin? Muchachos, eine sehr schöne Runde. Hawksboro, leider hat keiner von uns drei den MVP Platz geholt. Aber... Ein sehr schöner Game, muss man sagen. Die haben es nicht geschafft, sich noch einen Punkt zu ergattern, weil wir einfach viel zu OP sind. 44% Alpha-Pack. Gold 3. No! Gold 2, aufgerankt Alpha-Pack bei 26%. Bitte gib mir eins. Nein! Nicht immer annähert! Muchachos, die Links zu Lugget und OP-Killer sind unten in der Beschreibung. Schreibt auf jeden Fall vorbei. Lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Nicht nur bei denen, sondern natürlich auch bei uns. Bis zum nächsten Mal, Muchachos reingehaut. Gotcha. Ciao! J件 market für b vuele. Das ist die Malt-Pack,omosäche bis zum nächsten Mal. вз